Hallo, mein Name ist Csaba. Ich komme aus Ungarn und ich wohne in Deutschland. Und ich mache dieses Video, weil ich habe gesehen, dass die Sonne geht langsam runter. Und ich freue mich immer, wenn ich die Sonne sehe. Wisst ihr warum? Wenn wir sehen, dass heute in Deutschland unser Geldsystem aussieht, oder wenn wir nachdenken in ganz Europa, langsam, wir werden keine Rente bekommen. Trotzdem, ich bin sehr dankbar, jeden Tag, wenn ich die Sonne sehe. Dass die Sonne ist meine Mitarbeiter, oder besser gesagt, ist mein Partner. Ich bin bei SOMONEY und der SOMONEY ist weltweit das größte organische Solar-Community-Unternehmen. Jeder kann bei SOMONEY anfangen zu investieren und ein passives Einkommen generieren. Mit der Hilfe von der Sonne, mit der Hilfe von Solar-Panelen. Jeder kann bei SOMONEY Solarpakete kaufen und diese Solarpakete fangen an, Strom zu produzieren und dieser Strom ist verkauft. Und du bekommst das Geld, wie ich. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich versichere meine Zukunft, weil die Sonne hilft mir dabei. Produziert Strom und ich verdiene monatlich ein passives Einkommen. Ich bin sicher, dass meine Zukunft ist versichert, weil ich weiß, dass ich keine Rente bekommen werde. Wenn irgendjemand draußen Interesse hat, monatlich ein passives Einkommen zu generieren, mit Solar-Industrie, mit Solar-Energie, mit der Hilfe von der Sonne. Versichere du auch dein Leben mit der Hilfe von der Sonne. Ich wünsche dir, dass die Sonne dich auch glücklich und reich macht. Ich wünsche dir, dass die Sonne dich auch glücklich und reich macht.